Seid gegrüßt, Leute. Wir wissen nun, wo die Salamandra stecken und die können sich für uns nicht mehr in Sicherheit bringen. Jetzt wird, ja, Blut mit Blut bezahlt. Wir werden mal gucken, was die Salamandra jetzt noch versuchen irgendwie entgegenzubringen. Also ich glaube ja nicht, dass da so viel steckt, was sie da entgegenbringen können. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall zum Versteck. Da gibt es ja wohl keine Zweifel mehr, dass wir das jetzt auseinandernehmen müssen. Freue mich schon drauf. Haben jetzt lang genug drauf hingearbeitet, endlich den Salamandra mal eins auswischen zu können. Dann machen wir das auch. Sind es schon welche? Ja, da stehen schon welche. Dann würde ich sagen, machen wir hier kurz ein Speichern. Leeresfach, Speichern. Und legen mal los, he? Hey, lasst mich rein. Okay. Richtig nett, die Leute hier. Kommt ihr hier mit Pisskopf? Die halten recht viel aus. Und hauen auch ordentlich raus. Also das ist kein so easy Kampf wie die letzten Male. Alter, diese Kombination, das ist so krass. Junge, wie schnell schlägt denn der die ganze Zeit? Das ist ja abartig. Aber mal kurz hier zu Hackfleisch verarbeitet. Okay, kann man mal machen. Was du, hat auch diesen Dolch? Nee, ich bleib bei meiner Axt. So, jetzt ess ich aber mal kurz was. Habe ich irgendwas? Hm, lecker, lecker, lecker. Pfff. Habe ich nicht irgendwas, was meine Vitalität stärker regeneriert? Kann ich stacken? Scheint so. Probieren wir das auch mal. Krass. Ach komm, machen wir noch einen Trank. Hauen wir noch einen Trank rein und dann... Schauen wir mal, was sich da drin so verbirgt. Ja, ist okay. Hallo, nein, Autsch. Aua, hübsch doch. Huch. Mir ist gerade einfach der Kopf abgefallen. Ich sehe mich nicht mal. Doch jetzt sehe ich mich. Okay. Hilfe, da. Das waren ja solche hier. Ah, da ist eine Falltür. Da verbirgt sich bestimmt das Versteck runter. Ich muss schon zugeben, war ziemlich gut, dass wir uns diese Regenerationsdinge reingeschmissen haben. Wir sind gar nicht so ohne. Also ich hätte jetzt unterschätzt. Ne, der war doch noch gar nicht tot. Nun gut. Eine Salamandra-Brosche. Einfach mal die Überreste looten. Wer hält er hier? Ach, hier kann man jetzt jedes Fass einzeln looten. Das ist interessant. Wurde man vorher nicht. So. Genau. Ich dachte es mir schon. Was? Egal. Brauchen wir nicht. Ich habe ein gutes Schwert. Und dann. Jetzt speichern wir nochmal. Weil wer weiß, wer weiß. Was da unten so passiert. Vielleicht ist da ja jetzt ein Riesenboss. Und dann gehen wir da mal rein. Die Kisten sehen aus wie Haarens Waren, die ich vor den Ertrunkenen gerettet habe. Dieser Bastard treibt Handel mit den Salamandra. Okay. Stimmt. Jetzt wo er es... Das hat ja gedauert. Ihr habt etwas, das mir gehört. Jetzt nicht mehr, fürchte ich. Und ihr, genau wie euer Vorgänger. Ihr arbeitet derweil für Vergewaltiger und Mörder. Gefällt euch das? Wo ist Berengar? Der Trottel lief weg. Aber obwohl wir uns nur kurz begegneten, er war gesprächiger als ihr. Kein Wunder bei Asajavets Überzeugungskraft. Wer ist Asajavet? Ein mächtiger Magier. Ihr seid kein Gegner für ihn. Wir werden sehen. An Mut fehlt es euch nicht, Hexerchen. Mal sehen, wie es euch ergeht, wenn Asajavet euch geschnappt hat. Ihr behauptet, ich arbeite für Mörder? Dieses verlauste Dorf. Odo kam zu uns, um zu lernen, wie man Krieger tötet. Wir sagten ihm, ein Jammerlappen, wie er kann nur davon träumen, mit Soldaten zu kämpfen. Ein faszinierendes Gespräch. Aber es wird Zeit für Taten. Wir haben nicht, was ihr sucht. Es ist nicht hier. Sie haben es direkt zu unserem Stützpunkt in Visima gebracht. Schade. Dann eröffnen wir mal den Taz. Alle zusammen aufheben! Einfach trotzdem aufs Maul, ne? Kann ich mich hier... Kassiert erstmal... Alter, wie schnell der schlägt! Das ist so krass. Ne, 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 mein Freund. Ne, ne, ne. Es ist so leicht, machen wir es dir nicht. Tja. Du kriegst auch noch dein Fett weg. Hinten sitzt einer am Feuer. Da sitzen mehrere am Feuer. Ihr seid ein beeindruckender Schwertkämpfer. Alvin, warum bist du hier? Der Geistliche schickt mich zu dem verlassenen Haus. Er sagte, da würde jemand auf mich warten. Dieser Sohn einer... Gut, dass du in Sicherheit bist. Sie sagten, wir würden nach Visima gebracht. Nach Visima. Dort werde ich die Salamandra finden. Mir nach. Wir werden einen Weg aus dieser Höhle suchen. Diese Wand sieht dünn aus. Vielleicht können wir sie einreißen. Versuchen wir es. Erstmal looten. Junge, nicht so schnell. Oh. Buch des Waldkauers. Ja, guck mal. Der hat ja richtig schön vieles Zeug dabei. Buch der Schwalbe. Haben wir das jetzt gelernt? Ich denke schon, der Ghulvertrag. Wenig Alkohol. Ich brauche keinen Alkohol. Dann nehmen wir das mit. Hallo. Oh nee. Warum kann ich das nicht rausschmeißen? Muss ich jetzt echt was aufessen, oder was? Hier kommt eine Birne. So, hab eine Birne gefuttert. Jetzt kann ich sie mitnehmen. Jawohl. Eine Fackel. Endlich. Endlich. Nice. Geld gibt es auch ordentlich. Blaubeere. Feuersteinbrei auch nicht. Buch des Waldkauzes. Habe ich doch gerade eben schon eins genommen. Ne. Doch, warte. Doch. Wo ist es? Hier. Doch, habe ich schon gemacht. Schatztruhe. Hier ist noch eine Kiste. Eieieiei. Alles voller Loot. Oh. Waffenausbau. Chance auf kritischen Treffer. Schmerz. Die Rolle habe ich jetzt auch jetzt bereits gelesen. Wie kann ich die jetzt aus meinem Inventar schmeißen? Würde ich jetzt aber gerne hier rausschmeißen. Da. Gegenstand weglegen. Jetzt hätte ich es. So macht man das. Jetzt habe ich da quasi irgendwas anders weggelegt. Aber egal. So. Okay. Jetzt habe ich das auch verstanden. Die Schatztruhe war ja schon. Ja. So. Okay, mein Kleiner. Dann versuchen wir mal dieses Geröllding wegzuballern. Okay. Das hat ja gut geklappt. So. Los geht's. Kommt der mir nach? Ja, die kommen mir nach. Wie kann ich denn jetzt hier im Inventar die Fackel auswählen? Hier. Da. Okay. Gut. Haben wir hier eine Fackel? Dann ist es nicht mehr ganz so dunkel in Zukunft, wenn wir hier am Motor durchlaufen. Oh je, mein Name. Was ist da vorne? Da vorne ist auch jemand interessant. Wer ist das? Ist das die Hexe? Abigail. In der Höhle war ich schon. Was macht denn die hier? Das war die Höhle, wo vorher keiner drin war. Warum seid ihr hierher gekommen, Hexer? Warum seid ihr hier, Hexe? Ich braue einen neuen Zauber. Warum? Eure Magie raucht gewaltig. Mächtige Zutaten ergeben mächtige Zauber. Mächtig genug für das ganze Dorf. Warum tut ihr das? Der wütende Mob ist hier. Verbrennt die Hexe, brüllen sie. Sie hat die Bestie herbeigerufen. Ich muss mich verteidigen. Menschen haben die Bestie mit ihren bösen Taten herbeigerufen. Das überrascht mich nicht. Der ehrliche Mikul hat Ilsa vergewaltigt. Sie nahm sich das Leben. Ihr habt von dem Gift profitiert. Odo tötete seinen Bruder für Geld. Der Geistliche verstieß seine Tochter, als sie schwanger wurde. Jetzt lebt sie als Hure in Vysima. Haren verkaufte der Stadtwache ein Eichhörnchen. Für eine Handvoll Gold. Ihr habt das alles gewusst und nichts getan. Sie geben mir Gold für Gifte und andere Tränke. Was sie damit machen, geht mich nichts an. Jetzt ist klar, weshalb die Bestie euch heimsucht. Ich muss die Schuldigen überführen. Bleibt hier, während ich mit denen draußen spreche. Lasst nicht zu, dass sie mir wehtun. Meine Sünden sind nicht so schlimm, wie sie sagen. Wirklich? Findet es selbst heraus, wenn ihr wollt. Wir sind allein und wir haben alle Zeit der Welt. Oh Gott im Himmel, der bummst ja echt alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Aber komm. Ja? Dann lass mir mal den Spaß. Seit ich euch das erste Mal sah, fühle ich mich zu euch hingezogen. Was the fuck? Shit. Ja gut. Okay. Und ich war jetzt der kleine Junge nicht dabei. Ein neuer Eintrag. Von Monstern und Menschen. Ich muss mich da draußen den aufgebrachten Dorfbewohnern stellen. Okay. 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 Verbrennt die Geliebte des Teufels. Lass die Hexe unter Schmerzen sterben. Die Hexe versteckt sich dort drinnen. Soll das ewige Feuer ihren sündigen Leib verzehren. Dann wird uns die Bestie verschonen. Nicht so schnell. Wir müssen ein gerechtes Urteil fällen. Diese Schlampe hat mein Leben ruiniert. Sie hat meinen Bruder verzaubert. Sie wollte ihn stehlen. Ihn und sein Gold. Mein Bruder hat sie verschmäht. Darum wirkte sie Teufelsmagie auf mich. Benutzte mich, um ihn zu töten. Diese Heimtücke. In ihrer Hütte bemerkte ich eine Puppe, die euch ähnelt. Ich träume noch jetzt davon, wie ihre Magie den Mord beging. Sie verdient den Tod. Euer Bruder war ein Krieger. Ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wie hättet ihr ihn je töten können, wenn nicht im Schlaf? Warum hört ihr auf ihn geistlicher? Er ist ein Mutant, eine Missgeburt, ein Hexer. Was ist eure Anklage, Haren? Sie machte mich zum Hafka. Sie versprach mir ihren Körper, wenn ich den Scoia-Tel helfe. Ich verachte Anderlinge, aber ich musste Handel mit ihnen treiben. Euch ist es doch nicht schlecht ergangen. Gold ist nicht alles. Es gibt auch Prinzipien, denen man treu sein muss. Puh. Ähm. Ja, die Kinder entführen, da geht halt nichts drüber. Tut mir leid. Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. Ich glaube euch kein Wort. Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Was denkt ihr, Geistlicher? Die Hexe hat Odo und Haren benutzt. Und sie hat Ilsa vergiftet. Mikul vergewaltigte Ilsa, die sich daraufhin das Leben nahm. Abigail hätte schon längst fortgehen sollen. Aber sie blieb, um sich für das böse Schicksal, das über sie kam, zu rächen. Mit ihrer Teufelsmagie hat sie die einfachen Leute manipuliert und die Bestie herbeigerufen. Nein, ihr seid die Schuldigen. Schweigt, Dreckskerl. Ihr seid der Anführer dieser Schurkenbande und müsst damit wissen, dass sie Kinder an die Salamander verkaufen. Und ihr habt von der Vergewaltigung und dem Mord gewusst. Ich spucke auf euch. Ihr seid alle gleich. Alle schuldig. Das werdet ihr bereuen. Ich hole Abigail. Geht wieder heim. Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel allen Übels. Werkzeuge des Chaos, Verschwörerinnen gegen die Welt und die Menschheit. Frauen werden nur von der Fleischeslust geleitet. Um ihre unstillbare Lüstertheit und ihre unnatürlichen Begierden zu befriedigen, lassen sie sich mit Dämonen ein. Die wollen uns töten. Habt keine Angst. Und jetzt? Muss ich jetzt das ganze Dorf abschlachten? Da ist sie! Verbrennt die elende Hexe! Jemand verbrennt hier irgendwen. Freunde, sie wollen uns Angst machen. Fürchtet euch nicht. Sie sind machtlos, wenn wir zusammenhalten. Ach, wirklich? Hin fort, Hexer. Und lasst die Hexe hier. Sonst verbrennen wir euch auch. Ich möchte sehen, wie ihr das versucht. Muss ich die jetzt echt alle abschlachten? Ah. Verschwindet. Dann lasse ich euch vielleicht in Frieden. Und tschüss. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr wartet, bis ich fort bin und ermordet Abigail. Aber dann komme ich wieder. Und ich schlitze jeden Verlausten, Bauern und alles auf, das nicht auf einen Baum klettern kann. Oder ihr könnt ein anständiges Leben führen. Euer Gewissen reinwaschen und neu anfangen. Wie Menschen. Ihr habt die Wahl. Okay, ich glaube, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Hab Dank, Geralt. Gehen wir. Wir müssen uns um die Bestie kümmern. Also gibt es die Bestie doch? Total geil. Yeah. Showdown. Jetzt geht es los hier. Heide, nein. Zeig dich, Bestie. Da ist sie. Okay. Okay. Bosskampf. So wie es aussieht. Das kann was werden. Also ich glaube, mit Feuer komme ich bei dir nicht weit. Das kann man nicht weit. Lol. Nein. Äh. Scheiße. Das ist ja erstmal mein Schwert hier. Hilfe. Was ist denn los? Jetzt. Alter Schwede. Ich kann nicht speichern. Shit. Na toll. Inventar. Trinke wie Schwalbe. Sehr schön. Und tot. Jawohl. Jawohl. Das war ja richtig fies. So. Muss ich mir das Ganze jetzt nochmal geben? Oh. Ich muss öfter speichern. Das ärgert mich. Muss ich das Ganze nochmal machen, oder wie? Ja gut, das kann man jetzt überspringen. Was sie euch. Ihr Han Haberdie. Mikul vergebe. Abi mit. Nein. Da. Seit Anbeginn der. Oh. Ich habe wieder nichts Spiel speichern gemacht, ne? Ich schluck direkt von Anfang an schon mal ne Schwalbe. Was ist denn jetzt los, Alter? Ich kann mich nicht bewegen. Alter, was ist denn los? Wie soll das gehen, bitte? Alter. Nicht im Ernst. Wie soll das funktionieren, bitte? Alter Schwede. Krass. Ich glaube, ich muss deutlich mehr ausweichen an so'n Shit. Verlacht ihr nicht, die sie meinen ich. Euer Wasser. Ihr habt ihr mir ab mit. Nein. Das ist eh. Seit Anbeginn. Alter, was ist das? Ich kann mich da nicht bewegen. Ich kann da nichts machen. Total doof. Ich bin schon wieder tot, hey. Ich muss mich mehr bewegen, auf jeden Fall. So, jetzt könntest du vielleicht mal ein bisschen... Hä? Hä? Meine Güte, ey. Das ist also... Puh. Muss ich mich da jetzt jedes Mal durchklicken. Total nervig. Boah, echt jetzt? Ich glaube, ich mach das anders. Ich klicke mich da jetzt noch einmal durch. Böhm. Die Niedizimale. Euer Wasser. Ihr habt ihr mir ab mit. Nein. Da ich. Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel allen Übels. Werkzeuge des Chaos, Verschwörerinnen gegen die Welt und die Menschheit. dann speichere ich dann auch von der fleischerslust geleitet und ihre und die kann ich glaube ich nicht mal was ist denn das ist doch nicht mehr normal hallo ich komme nicht raus ich kann nichts machen bin ich nein ist dann nicht mehr normal ich komme nicht raus ich komme nicht raus ich komme nicht raus ich bin wieder tot die hexe ist schon tot hey ok ähm halleluja hier was denn hier los abartig boah hilfe die ruft die ganze zeit neue hunde oder was die hilfe 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 ich will doch nicht die ganze zeit die viecher kiten müssen ist ja total doof scheiße und tschüss boah ey was ist das wie zum teufel ey das ist ja richtig heftig wie soll denn das gehen von warum kann ich den ganzen scheiß nicht überspringen jedes mal muss ich mich da durchklicken ich bin total langweilig hm lass dir nicht ich weiß mir noch mal eu was ihr habt ihr mir ab mit na ich seit anbeginn so so erstmal den trank rein greifen so nein jetzt brenne ich kann ja nicht wahr sein ich hab doch nichts gemacht so boah ey das ist nicht mehr normal dieses feuer alter was ist das ich kann mich nicht wehren dagegen boah ich muss mehr zauber machen auf jeden fall das ist ziemlich mächtig schnell raus Nein, 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 nein. Sag mal. Gibt's doch nicht. Ich kann nichts machen, wenn er mich einmal hat. Ich kann nichts machen. Das kann aber nicht wahr sein. Nein, jetzt habe ich das Falsche geladen. Da, das Laden. Hä? Wie soll das gehen? Übersehe ich gerade irgendwas offensichtliches? Oder das ist... Alter. Ich habe echt gerade keinen Plan, beim besten Willen nicht. Verlass die Idee, die sie meinen, ich träum. Euer Bruder war ein Krieg. Warum, was ist sie mit euch? Ihr habt die Miramin, na, ey. Oh, kann er mal anfangen zu kämpfen? Dankeschön. Achso, muss er den Trank trinken. Das war's für mich. Wollen sie jetzt von dem Scheiß wegrennen die ganze Zeit, oder was? Jetzt haben die mich schon wieder da in diesem Scheiß drin. Gibt's doch nicht. Oh, dieser Feuereffekt, ey. Das ist so nervig. Sag mal, es geht nicht, es klappt nicht. Es will nicht klappen. Oh, das ist so nervig. Ich glaube, es geht nicht. Oh, das ist so nervig. Nichts. Aber- Alter, das ist nicht mehr normal, ey. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Der stört sich daran nicht mal minimal, also muss schon das verwenden. Dieses Mal, ey, unglaublich. Gibt's nicht, Alter, gibt's nicht, gibt es nicht. Schnell, weg. Nicht mehr normal, ey. Sag mal, ich kann nichts machen, ich kann nicht mal wegrennen vor dem Scheiß. Ja, toll, bin tot. Schön. Wieso ist der jetzt auf einmal so schwer? Das verstehe ich nicht. Jetzt bin ich tot. Toll. Ich versteh's nicht. Ich versteh's beim besten Willen nicht. Aber ich werd's auch diese Folge nicht mehr verstehen. Ich denke, ich werd's jetzt in der nächsten Folge nochmal versuchen müssen. Also das ist ein enttäuschendes Ende, hab ich selber nicht mitgerechnet, aber es hat einfach nicht geklappt. Ja. Tut mir leid, Leute. Ich hätt' gehofft, euch mehr zeigen zu können, aber klappt nicht. Vielleicht muss ich doch mal ein bisschen recherchieren, weil das geht, ich komm ja auf keinen grünen Zweig hier. Naja. Euch auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Ciao.